Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Hammer-Weitwurf-Super-Simulator mit unseren Riesen-Hämmer legen wir los und zwar ganz schnell die Horde haut uns nämlich die Bude ein wir müssen schnell dabei sein da ist der Jack Fleischhammer. Hallo schon guten Abend, äh, namen Tag, hallo. Serendipity ist noch mit dabei. Hallo ihr Lieben. Und der Ok muss man schnell, äh, disconnecten, weil dem fehlen die Frames. Ich hau mir noch schnell einen Kaffee rein. Ich auch, Kaffee, for the mess. Und dann gibt's auf die, gibt's auf die Fresse da unten, weil die sind ziemlich gut auseinander, die Kerle da. Einer, einer, doch nicht, nein, wow, wow, wow. Ah, ich hat's gesnatcht, verdammt, du dickes fettes Vieh. Ah, nennt die dich immer so? Naja, so ab und zu mal und ich, wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich gleich, die haben das Auto an die Wand gedrückt und ich komme hier nicht raus. Boah, schwierig. Ich komme hier nicht raus. Ich brauche schnell was zum, ähm, keine Ahnung, Pillen. Ähm, ich habe kein... Sagen wir mal so. So schnell konnte ich nicht reagieren. Ne, man hat mich in die Garage gepackt. Ich komme nicht an meinen Rucksack dran. Dass die Zombies raus werden, kann Kokain noch wieder spielen. Ja, das könnte sein, dass die Zombies was runter rennen. Ja, ein bisschen schneller Einstieg, aber gerade als wir hier rein sind, nehmen uns die Krüger und Zombies... Ja, wo der Torus einstürzt? Wo ist denn... Können wir den Sedan mal irgendwie beiseite schieben? Mein Rucksack ist da drunter. Die Schiebe! Ey, wir haben alles kaputt gemacht hier. Ich werde geschlagen. Au, ich werde durch die Wand geschlagen. Warte, ich komme. Ähm, ähm... Mann, schwierig. Ah, ins Auge. Wo ist mein Rucksack? Ich habe keine Waffen. Ich nehme Spaten. Spaten geht auch. Mann, bewegt euch doch immer nicht beim Hauen hier. Unter dem Sedan ist mein Rucksack. Die haben mich da eingequetscht. Muss ich einfach laufen oder wie schiebe ich den? Ja, da kommst du doch dran von hier. Oh, an den Rucksack? Ja. Oh, ich bin aber wieder gleich blöd. Ich bin blöd. Nein, kaputt wollte ich sagen. Nehmen wir die Bandagen auf die Tasche. Okay, liegt der hier irgendwo? Ja, da. Hier. Ah, da. Alles klar. Super. Dankeschön. Wunderbar. Na komm her, mein Freund. Boah, da kommt noch mehr zum Wies. Boah, da kommt noch mehr zum Wies. Irgendwie... Alter, keine Ahnung. So, die Tür. Ich bin eilig. Sind die... Aber die sind doch innen schnell, oder? Oh, ich brauche... Ich brauche irgendwas zum Futtern oder Pillen. Ich habe einen Fitzel Energie. Wenn ich einmal getroffen werde, bin ich weg. Ich muss mal ganz schnell was zu essen holen. Haben wir überhaupt noch was? Wir sollen übrigens Maisbrot machen, war in den Kommentaren zu lesen. Weil? Weil wir haben viel Wasser und wir können damit Maisbrot machen. Maisbrot rockt. Ach, nicht Weißbrot. Guckt euch das doch mal bitte an, wie viele Zombies hier rumrennen. Ich habe hier überhaupt keine Frames. Das ist Energie, verdammt. Ja, wir müssen unbedingt Zombies töten, weil sonst ist es schlecht mit den Frames. Weil die sind ja auch so. Die sind am Friedhof. So. Ich brauche unbedingt... Haben wir irgendwo noch Pillen? Der ist gestorben. Oh nein, Finn! Da haben wir irgendwie... Entschuldigung, Kokain! Das ist ja beides richtig. Ja. Wir haben keine Schmerz-Tabletten. Ich muss jetzt so kämpfen. Aber ich habe auch nichts zu trinken. Das ist ein schlechter Start. Ich habe zu trinken. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein, nein, ich bin schon da. Wir haben hier eine Kiste voller zu trinken. Bottled Water. Und danach machen wir Maisbrot. Kein Weißbrot, sondern Maisbrot. Ich weiß, ich rede ein bisschen undeutlich. Wow. Innenrücken. Ich habe den Hinterrücks erschlagen. Irgendwie finde ich die Hämmer zu groß, oder? Der Vorschlaghammer ist irgendwie monströs. Ach du Scheiße. Hallo. Wo seid ihr denn hier? Seid ihr draußen? Ich bin am Pool. Da ist noch Alarm. Okay, ich komme. Hier ist auch gerade Alarm. Ich schlag hier gerade auf die Zombies ein. Oh, da ist da jemand. Das bin ich. Nicht auf mich. Oh Gott. Was denn? Was ist los? Ah, da ist ein Viecher. Da klappt es was. Was ist das? Hä? Bitte? Ich bin verwirrt. Hast du das? Welche Waffe brauchen 10 Millimeter Relation? Äh, MP? Boah. Boah, du hast ja in dem Tier erschlagen. Ich habe dich gerecht. Kannst du mal meinen Hammer einsammeln, bitte? Den kannst du auch einsammeln. Der Vorschlag liegt dahin. Danke. Wir springen da. Das wird hier nicht gespannt. Warum sind denn auf einmal 5 Millionen Zombies unterwegs? Das hat man doch nie. Hier ist auch ein... Oh Gott, ein Elch ist mit dem Kopf in der Wand festgebackt. Hau drauf, dann kannst du ihn ernten. Ernten. Ähm, ernten. Ey, aber scheinbar funktioniert der Zaun ja inzwischen. Bleiben wir stecken im Zaun. Dieser Eisenzaun. Ja, die sind nicht da drüber. So, jetzt schnell die Zombies looten hier noch liegen. Okay, du musst dir direkt auf den Sarg aufstellen, ne? Ja, wir müssen sowieso noch für Serendipity ein paar Grabsteine aufstellen, ist mir so eingefallen. Wieso, für mich? Ach so, meinst du, einer reicht nicht. Nein, wir haben letztes Mal ja Grabsteine angefangen und Serendipity ist ja schon mehrfach gestorben. Müssen wir nochmal aufs Scoreboard gucken. Soll ich den Hirsch erschlagen? Ja. Nee. Ja gut, jetzt habe ich wieder 50 hier hinten. Also das, das, jetzt scheiße sind weg. Die Friends? Nee. Scheiße. Nee, ähm, grundlegend die Zombies. Haben wir noch Airdrops an? Airdrops sind an, ja. Ich glaube, die kommen aber morgens immer so um acht, glaube ich. Ah, okay. Okay, ich habe gedacht, Chef hat das gehört. Ach. Warum steht hier eigentlich so ein komisches Tor? Ach. Ähm, das war ein Test. Wir haben geguckt, wie man eine Mauer, äh, eine Tür reinsetzen kann, weil wir wollten den Vordereingang eine Tür machen, aber das hat nicht funktioniert. Aus irgendeinem unempfindlichen Grund, äh, diese Tür war nicht setzbar. So, sind hier noch Zombies? Haben wir hier noch was zu regeln? Da vorne. Na ja, hier nur zwei Stücke, oder? Aber ich habe keine, hat jemand Pillen? Schmerzabletten? Negativ. Ich habe, äh, Painkillers, meinst du den neuen Stück? Oh, bitte, gib mir mal zwei, drei, bitte. Weil ich habe keine Energie mehr und die kommt auch nicht nach, wenn ich so professionell weiterspiele. Aber ich kann sagen, warum es mir so schlecht geht, weil ich Murky Water getrunken habe, ich durften Nuss. Hast du jetzt wieder Flotten Otto? Ja. Ja. Äh. Okay. Gut, da ist jetzt einigermaßen Frieden, oder? Wollten wir eigentlich nicht das letzte Mal die Einstellung noch ändern, damit es schwieriger wird? Was wollten wir tun? Ich kann nicht mal laufen. War easy. War easy, auf jeden Fall. Wir sollten es auf jeden Fall stärker stellen. Ähm, jetzt ist die Frage, machen wir hier einen Schnitt? Ne, das ist blöd. Da haben die Leute wieder so viel Schnippelarbeit. Das machen wir noch zur nächsten Folge. Erinnert mich bitte dran. Ich kann Reinforced Concrete machen. Reinforced Concrete, das heißt Metall und Beddon. Beddon. Aber wenn du, wenn du, wenn du Beddon hast, ähm, sollten wir vielleicht erstmal, ich hab nämlich auch noch Beddon, wir sollten uns eine Wrench machen. Hab ich. Tja, blödes vom Stück. Wie geht ne Wrench? Weiß ich mal aus wie schnell er? Weiß ich, hab ich gefunden. Ne Wrench mit, mit, mit Pferden und so? Hä? Ja, genau. Wie geht die? Nicht schlecht. Was ist denn das? Wie kann man die craften? Wie kann man die craften? Tube Concrete No Disturb. Ich hätte gerne Wrench, einen Schraubenschlüssel würde ich gerne craften, weil damit kann man die Steine schneller aufbauen. Wurde uns gesagt als Tipp. Und wenn wir die Tick dekorieren. Vielleicht haben wir ein Buch. Vielleicht haben wir ein Buch, wo man lernen kann mit. Weil ich kann's aktuell nicht. Und die Kabel. Ja, man braucht koppel Short Metal Pipe oder so ein Kram in der Tasche. Hab ich sechs Stück in der Tasche. Ossert reicht nicht. Kann's natürlich haben. Waren es nicht Short Metal Pipe oder Reinforced Metal? Metal. Metal. Mach mal hier nochmal mehr Short Metal Pipes. Mach mal mehr und ich weiß, ich kann nicht mal nachgucken. Short Metal Pipe. Nein, Quatsch. Und übrigens, weißt du was wir gemacht haben? Nope. Seht ihr das hier oben, dass auf den Laternen oben die Leuchtmittel fehlen? Ja. Vornehm ausgedrückt. Seht ihr es? Das haben die nämlich gefixt in der 8.1. Normalerweise leuchten Straßenlaternen. Da wir uns aber hier in einem Gebiet befinden, wo noch die 8.0 aktiv ist, kommen wir nicht in den Vorzug der Straßenlaternen. Das finde ich scheiße. Ich finde, wir sollten einen neuen Server machen. Wir fangen wieder von vorne an. Haben wir doch noch nie gemacht. Komm. Nein. Jetzt muss ich das einmal machen. Bitte. Also gut. Wir fangen neu an. Nein Quatsch. Wir müssen auf jeden Fall wegen dem Graben, Herr Sprengmeister. Ja. Da hat sie ja vorne schon mal angefangen, irgendwas rauszuheben. Da war ja Material drin. Ja, stimmt. Hast recht. Können wir uns nicht durch den Boden bis dahin sprengen? Wäre möglich, ja. Jetzt vibrierst du, oder? Ja. Dafür brauche ich auch mehr Papier. Wir brauchen mehr Papier. Wir brauchen mehr Papier. Das heißt, wir müssen denitiven Ausflug machen. Das heißt, wir müssten nach Deerthrow, oder? Mein Hammer und ich kommen mit. Das ist nicht bei der 73. Mein Hammer und du kommen mit. Ich kann gerade nicht gucken. Ich würde gerne das Fundament nämlich aufwerten. Damit wir hier auch endlich mal unsere Hütte irgendwann mal, ne? Oder wir gehen mal nach Gravetown. Gravetown. Gravetown würde uns auch empfohlen. Da wäre nämlich ganz viel... Gravel. Ich weiß nicht mehr. Gravel und noch irgendetwas. Gravel, Gravel. Und Metall gibt es da ganz viel. Metall, dann... Also Metall haben wir kein Problem. Da, ähm... Was ist denn das? Okay, ich bin out of... Gibt es hier Ratten? Das ist der Jack. Nein, hier steht eine Ratte unterm, unterm, unterm Dings hier, unter der Treppe. Es gibt doch keine Ratten. Komm, gucken. Komm. Unter der Treppe. Unter welcher Treppe denn? In... Hier im, im, in der Garage. Der Garage unter der Treppe. Garage, Garage... Also ich hab hier ja schon mal sechs Iron-Ode, die hab ich hier oben rumgepackt, ne? Hallo, hier. Ach so, du bist hier im ganz anderen Haus. Sag das doch. Oh, da ist ein Airdrop. Airdrop. Äh, falsch. Verlaufen. Verlaufen. Ja, das klingt irgendwie so voll... Wurde abgeworfen. Da hinten. Wollen wir uns die? Ja. Wollen wir uns, oder? Kommt ihr jetzt mal gucken? Ja. Ja, natürlich sofort. Ist ja wie zu Hause. Los. Bei Fuß. Bei Fuß, Jungs. Da hat der Spack eine Ratte oder irgendwie sowas drunter rum. Das ist ein Hase. Das ist ein Hase. Das ist ein Hase, sieht aus wie eine Ratte. Hahaha. Das ist so einen neuen Ratten. Äh... Warte, ich helfe dir. Ich hab eine Pickaxe dabei. Das ist ein Rattenhafen. Ähm... Okay. Die Treppe ist unkaputtbar, ne? Jetzt kommt's langsam. Nee. Ich hab keine Kraft. Ja. Ich schlag das schon kaputt. Da ist er. Jetzt läuft er im Kreis. Der Hase. Er flüchtet. Du blöder Hase. Verdammt. Er ist hinten aus dem Fenster gesprungen. Nee, ist noch in der Küche. Schnell den Hasen. Oh, die Ratte. Wo ist er denn? Hammer raus. Keine Ahnung. Nach links. Da ist er. Hier hinten links ist er. Hier auf der Couch. Er flüchtet. Komm Häschen, komm. Häschen, warte. Weg! Er hat's, äh, hinter sich. Ja, tut mir leid, Hase. Gott sei ihr schwierig. Meinerseits, ey. Weißt du, im wahren Leben, weißt du, wer jetzt... Oh, der arme Hase. Genau. Weißt du, aber hier in Seven Days to Die, Apokalypse, ja, da geht's los. Dann immer so. Es ist halt zum Glück nur ein Spiel. Schlag nochmal drauf, das bin schon tot. Sag das nicht, da gab's schon viel Stress. Ja. Weil's ein Spiel ist. Na, überleg doch mal, was da für ein Gedöns war bei Battlefield 3. Ach, die haben doch alle... Counter-Strike. Killer-Game. Ich kann irgendwie nicht mehr sprinten, ich weiß nicht warum. Weil du keine Energie hast, wahrscheinlich. Bei Battlefield 3, um weiterzukommen, musstest du eine Ratte töten. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst, ja, ja, klar. Wo du durch das Rohr durch bist und Peter hat es sofort, oh, die arme Ratte, könnte er nicht tun. Ja. Peter? Er schießt ein paar Menschen, aber doch nicht die Ratte. Peter. Peter. You know? Peter, ja, ja, klar. Ja, ja. So, jetzt können sie mich wieder riechen, die Zombies. Petra. Nicht die Petra, der Peter. Wie schwarz, wohl la la. So, was machen wir? Wir gehen jetzt nach Dearsville oder irgendwo anders hin. Hauptsache Zombies töten. Eigentlich wollen wir nach Grave Town. Wir haben 12 Uhr. Oder wir machen in dieser Folge erstmal eine Runde Dearsville. Papier holen für den lieben Jackie. Ich habe zwei Papier dabei. Und ich kümmere mich um Eisen schon mal. Gut, dann bring ich mal mein Kram oben hin. Ich brauche eine Mülltruhe. Ich geh mir mal aus dem Weg. Ich lege hier mal in die... Ist euch schon mal aufgefallen, dass Minjas in jeder Folge eine neue Mülltruhe anlegt? Ja. Haben wir schon eine gehabt? Ja. Haben wir schon eine gehabt? In jeder Folge höre ich mindestens einmal... Oh, ich brauche eine Mülltruhe. Ah, da ist ja noch ein bisschen Platz. Da werfe ich alles rein. Ey. Hat jemand Holz? Sch, sch, sch. Geil. Ja, ich habe Holz, aber ich bin hier oben. Kannst du mal bitte... Ja, ich bin auch hier oben. Kannst du mal bitte hier ins Dings legen? Ja. Da in die... In das Lagerteil da. In das Lagerteil. Habe ich? Danke. Achso, ins Lagerteil. Ich habe das Feuer angemacht. Ja, da ist doch Wasser drin. Nee, da ist kein Wasser drin. Da ist Durchfallwasser drin, natürlich. Nein. Links ist Durchfallwasser drin. Habe ich reingelegt. In die Kiste? Nein, hier ins Feuer. Feuer ist keins. Dann ist es schon durchgebraten. Da sind 48 Flaschen bottled Milky Water drin. Dann drück mal auf Cook, weil ich sehe es nicht. Wie drück mal auf Cook? Bei mir ist nichts drin. Captain Cook will be. Huch. Huch. Nein. Also bei mir ist da kein bottled, murky, irgendwas. Ich habe noch Fleisch zum Braten. Wo hatten wir denn Essens... Haben wir noch irgendwo rohes Fleisch? Da läuft. Kannst du jetzt gucken. Ich glaube, nee. Rohfleisch gibt es nicht mehr. Habe ich in der Tasche. Ah, super. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Oh Gott. Wir haben hier keine Ordnung. Gerade noch gesprungen. Mein Freund. Ich komme dir gleich nach nebenan. Geil. Mann. Wo ist denn hier Baumaterial? Weißt du, können wir ein bisschen Ordnung halten? Weißt du? Kann man nicht aus Holz Papier machen. Das wäre es natürlich. Normalerweise wäre es richtig. Ja. Normalerweise wäre das das richtige Weg. Also ich nehme auf jeden Fall keine Waffen mit. Waffen sind was für weitere. Wo war denn jetzt mein Loch? Hint den Hammer mit. Den finde ich gut. Schmierer schwierig. Schmierer schwierig. Schmierer schwierig. Schmierer schwierig. Den Hammer mit meinem Loch. Das wird immer schwieriger. Ich wollte nur sicher hin, dass ich das gehört habe. Ich weiß nicht was ihr macht, aber ich gehe jetzt los. Das ist ein Zuwachsend Loch. Übrigens, wer hat erzählt, es soll einen Kompass geben hier. Es soll bald ein Kompass geben. Demnächst nicht keine Maps mehr. Ich sag euch, ich bin dann verloren. Ich finde euch da nie wieder. Schweizer Mann. Ich finde es auch so nicht wieder trotz Minimap. Jetzt hör mal auf. Wo wollten wir hingehen, ne? Da sind, äh, da sind drei Karte und du weißt nicht wo wir sind. Ich bin doch da wo ihr seid. Wo wolltet, wo wollten wir denn hin? Jetzt. War ein Spaß. Ja, ja. Verarschen. Den Fall übernehme ich mit. Die Rusty Door lasse ich raus. Die Wuppen Door lasse ich raus. Ich weiß noch nicht. Wo ist denn dieses Grave Town, wo wir ihn wollten? Ich bin soweit. Das ist, äh, Achso, Wasser noch. Im Süden der Karte. Aber ganz im Süden. Aber wollen wir jetzt bis dahin noch laufen? Weil dann kommen wir nicht vor, äh, kommen wir in der Nacht an oder so. Ich baue mal ein Real hier mit. Ja, wir haben Hammer. Das ist okay. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr schon vorgelaufen? Ich bin jetzt in der Höhle hier und mach hier noch reisen. Ich kann aber immer noch nicht, ähm, den, ach, der Hammer ist so schwer, deswegen kann ich nicht laufen. Nein, 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 das ist Quatsch. Wie viel, ist unten beides blau, ja? Beides ist blau, ich hab drei Viertel, drei Viertel Herzen. Und mit der Großschalltaste versuchst du zu sprinten? Ach nee, natürlich nicht. Da haben wir's. Äh, ich hab also wieder zu sprinten. Jackie, du bist in deiner Höhle? Ja. Wo bist du in welcher Höhle? Na, siehst du denn nicht auf der Karte? Ach du, oben im Norden, wo du angefangen hast zu buddeln? Genau. Die haut jetzt echt ab. Ja, wenn ihr nicht in die Platte kommt, geh ich alleine. Jetzt auf einmal macht die Stress, weißt du? Ja, ja. Gerade eben noch gucken, was zieg ich an. Ach schön. Ah, der nimmt die. Hallo? Was? Lauf halt alleine los. Ja, das klappt gut mit der neuen Staffel, mit dem Zusammenspielen. Ja, gerade weil wir auch eine kleinere Gruppe sind, das ist echt koordiniert. Ja, da kann man auch viel koordinierter, also es war eine super Idee. Funktioniert wunderbar. Jack ist wieder im Keller, da wurde ihn gehört. Alles beim Alten. Der alte Sack steht an den Thronenmüll zu. Nein, ich bin draußen, ich warte nur auf euch. Und ich verlaufe mich. Das ist doch alles, wie es sein soll. Übrigens, es kam heute als Kommentar, ob jemand LED hat. Weil einen Stein kriegst du draußen kein LED. Das kriegst du draußen in der Erde, oder? Ich habe LED, LED Hammer. Okay, wunderbar. LED wird gerade eingeschmolzen. Können wir uns jetzt treffen vor der Tür und gemeinsam losziehen, bitte? Ich komme jetzt nicht zurück. Du kannst mich mal gerne haben, als Freunde. Wir holen dich schon, Frau Lein. Lauf du mal vor, Frau Lein. Wo rennst du denn hin? Nach Süden. Nein, ich gar nicht. Wo rennst du jetzt nicht echt nach Grave Town? Doch. Na? Wir haben... Ja, dann... Okay, dann hast du den nächsten Tod. Kokain, stell schon mal einen Stein auf. Ich hab mich auch mal. Mach ich schon 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 mal. Nach Grave Town wird das hier nichts mehr am Tag. Ne, egal. Ich sterbe. Ich sterbe gerne. Das ist kein Problem. Ich übertrumpf euch alle. Da hast du das kannst du haben. Ich... Ich bin dann diejenige mit dem meisten... Neue, Bruder hast du schon übertrumpft. Also komm zurück. Ja. Hier sind... Oh, ich bin gleich da. Jackie, bist du da? Ne. Ich muss ja noch hinlaufen. Also ich bin... Kokain ist auch schon da. Weißt du? Kokain weiß, wie es geht. Du nicht. Jetzt bin ich wieder der Doofe? Ne. Du wüsst nur vor Pittiplatsch. Ja, jetzt eben. Ach, jetzt bin ich wieder Pittiplatsch. Aha. Aha. Muss ich noch einen Schluck nehmen. Ich bin gleich da. Komm her. Ich hab gute Pillen für dich. Gute Pillen. Hier. Zomproxin. Hier, Zomproxin. Hier, Zomproxin. Hier, Zomproxin. Hier, Zomproxin. Die sind übrigens alle Zomproxin, gell? Also die Schmerztabletten sind Zomproxin. Also da haben sie irgendwie noch nicht das... Naja, die Zomproxin sind Zomproxin. Ja. Okay. Und fühlt sich besser? Oh. Gut. Super. Alles cool. Jetzt ist alles easy. Ich komm mal mit, Marc. Woher mein denn hin? Der Cocaine brät noch da oben. Wir warten jetzt noch auf die Cocaine und dann versuchen wir Pityplatsch einzuholen. Dann krieg ich noch kurz noch mal ein bisschen Eisen ins Feuer werfen, weil ich hab noch ein bisschen was hier brauchen. Ich hab zwei von diesen Frauen. Warte, nimm von mir mit. Nimm von mir mit. Warte. Ich werf sie auf den Boden. Eisenfragments, Coal, Potassium Nitrate and Stars, Stones behalte ich. Behalte ich. Wir kommen ja nicht los in dieser Folge. Ne, ich seh das schon. 19 Minuten um. Jaja. Weißt du mal eben schnell einen Ausflug machen. Und nichts passiert. Jaja. Wie oft die die auch bestimmt hören, wir machen mal einen Ausflug heute und wir bleiben doch hier. Dann machen wir keinen. Aber bald. 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 Nächste Folge. Das geht nicht. Wir müssen ja Pityplatz suchen. Das ist doch im Prinzip eine Simulation von einem echten Gamer-Leben. Du guckst raus, Sonne scheint. Oh, heute ist schönes Wetter, da geh ich hier raus. Mh. 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 Wo ist das? So. Nimmt jemand Waffen mit, weil ich hab nur Nahkampfwaffen. Ich hab auch nur Nahkampfwaffen. Ah, super. Gieß nicht so gerne. Außer auf Jack. Ich bin in der Nähe vom Information Center, falls mich jemand sucht. Nein, suchen tut dich niemand. Na gut. Dann bin ich ja beruhigt. Dann bin ich ja beruhigt. Dann bin ich ja beruhigt. Ganz alleine in dieser großen weiten Welt. Lieber mal alles aus dem Gürtel raus. Und zur nächsten Folge machen wir es schwieriger und dann wird es erst richtig lustig in Grave town. Ja und dann machen wir auch einen Ausflug, Freunde. Ja. Wir machen jetzt einen Ausflug. Wir gehen schon mal auf die Reise. Wenn wir eine Nacht ankommen, haben wir Pech gehabt. Sag mal, kann man den Cobblestone, kann man den nicht machen? Kann man den nicht immer auf die alte Art und Weise machen? Aus Zement und Stone. Ne, die alte Art und Weise funktioniert nicht mehr. Das war die alte... Doch, ich meine doch. Oder haben sie es rausgepatcht? Also es ging mal. Ne. Es geht nicht. Ich hätte gesagt, wir würden uns auf die Schnelle da unten nehmen. Gut, wir buddeln uns in irgendeinem Haus ein. Ganz klassisch. Wollen wir Holz mitnehmen wenigstens, Herr Fleischhammer? Bist du nach oben? Nimmst du Holz mit? Ne nehme ich nicht mit. Ich habe aber... Ist egal. Wir schauen... Konkrete hast du dabei. Ich habe aber keine Metal-Frames dabei. Ne, ich habe Konkrete. Den kann man hinstellen. Ah, okay. Verstehe. Gut. Herr Cocaine? Ja, bitte. Wie kommen wir denn jetzt heute nochmal los? Ist ja gut. Ja gut, die Leute wollen ja eh längere Folgen. Weißt du? Ja. Zwei Tage nur. So, hier ist eine Party. Wo denn? Bei mir. Aha. Wo bist du denn? An irgendeiner Hütte. Aha. Keine Ahnung. Mal kurz orten. Wo ist sie denn hin? Ich gehe mich weit südlich. Kannst du mal weiter nach rechts laufen, junge Frau? Können tue ich das schon, aber da sind die Zombies. Ja, dann lau umlauf sie. Wir kommen schon nach. Habt ihr alle zu trinken dabei? Ich hoffe. Ja. Laufen wir jetzt zur Frau? Ähm, ja, nach Grave Town wollen wir. Okay. Das ist eine schöne, das ist eine schöne Waldtüche. Wir sind ein bisschen weiter nach Südwesten. Weißt du, was cool wäre, wenn man uns sozusagen Checkpoints hier einrichtet? Mhm. So, zwischen Basen. Ja, genau. Dass man überleben kann. Verlängerreisen. Ja, das stimmt. Eine gute Idee. Und Maisbrot sollen wir ja machen. Auch eine Spitzenidee. Trinkt Kaffee. Weißt du, was ich nicht mitgenommen habe? Verdammt. Ich habe keinen Kaffee. Hast du noch einen Kaffee über? Nee. Nee. Leider war der letzte Kaffee. Ähm. Ähm. Tschüss. Ähm. Weißt du, was ich nicht mitgenommen habe? Ich habe nichts zu essen mitgenommen. Hast du bei Grave Towns? Äh, ich habe noch 15 Mais und 2 Grilled Ranch. Okay. Das reicht nicht. Dann, ich bin halb voll, aber wir werden in der Stadt was finden. In Grave Town werden wir wahrscheinlich nichts finden. Boah. Boah, der tötet mich jetzt. Grave Town. Vor allem Waffen und so. Das wäre eine gute Sache. Ja, die können wir aber nicht fressen. Das ist das Problem. Na ja, klar. Bisschen Cheese Pulver. Kannste essen. Er hat nur einen, ich sag mal, mundgerechte Stücke zu hacken. Das habe ich durchfallen. Oh Mann, ich habe Katzenfutter gegessen. Das kluckst nur, das ist normal. So, lauf mal bitte noch viel weiter nach rechts. Ja. Ach nee, du läufst richtig. Wir müssen weiter nach links. Fress mich nicht. Hopp. Ey. Renn mich ja nicht um. Umgefallen. Ja. Wir müssen eigentlich genau nach Südwesten. Ja, gut. Dann laufen wir direkt nach Südwesten. Weil da kommt der See. Ich wollte ihn einfach nur umlaufen. Aber wir können auch durchschwimmen. Ich glaube, da kommen Köter. Verdammt, verdammt. Ja, dann... Schwierig. Hast du schon viele Waffen bei? Rennen. Rennen. Ah, nee. Ja, 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 ja. Du mich auch. Nee, ja, 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 ja. Rennen wir jetzt hier durch? Ja, wir können wir nicht, oder? Der hat mir den rechten Arschbecken. Das ist der blöde Köter. Ich sterbe jetzt. Nein, flüchten. Ich habe nur noch ein Fesselchen an Rot. Flüchten. Kann man dann rennen. Immer Wasser nachkippen. Ich kann kein... Trink die im Laufen. Komm uns da gehen. Ach nee, du kannst nicht auf die Karte gucken. Das ist ja cool. Ist schon mal aufgefallen, dass sich mittlerweile die Häuser im Wasser spiegeln? Ähm, nee. Ja, aber ich sehe, was du meinst. Ja, das Wasser spiegelt, ja. Für sowas habe ich keine Zeit. So hübsche Dinge des Lebens. Ach, merkst du, der Kaffee, der drückt, ne? Ich habe Papier gefunden, Jackie. Cool. Bist du am Leben? Noch, ja. Wo ist sie? Warte, ich habe noch Hemm einstecken, dass er sich jetzt... Müssen wir da nach rechts. Ja. Rettung der Frau. Ist er denn hier irgendwo in der Nähe? Und andere rechts halt. Ja, siehst du es auf der Karte? Ja. Nur Frau. Lüfe jetzt entgegen. Ich sehe gar nichts auf der Karte. Ich habe noch Kaffee in Tuss. Essen entgegen. Wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir. Die Zombies auch. Allerdings kriegt man Hunger, wenn man so lange rennt. Ja, ist ja wohl klar. Ach, du Schwachhinder. Wie kriege ich dir mein blödes Herz wieder nach oben? Äh, mit Tabletten, die ich dabei habe, wenn du uns ein bisschen entgegen kommst. Ah, ich habe Tabletten in der Tasche. Drei Stück. Weiße Tabletten. Bloß nicht essen. Weiße Tabletten. Ja, dann ist gut. Die esse ich jetzt alle und dann habe ich ein bisschen... Nein, eine, eine lang. Das ist halt auf Zeit. Dann sterbe ich an der Überdosis Tabletten. Nein. Wie Roman und Julia. Hüpf. Oh, Leute. Was ist passiert? Geht ab. Alles klar bei dir? Hier, ich habe Zombie-Attention. Siehst du uns auf der Karte? Lauf mal nach links. Jetzt geradeaus. Alles geradeaus. Alles geradeaus. Oh, Jackie. Ich habe was für dich. 15 Papier. Jack, verfeuer nicht den Mund. Nein. Kann nicht anders. Die Schweine. Und drei Bücher. Machen wir jetzt hier kurz leer oder was? Ne. Ähm. Sehr nett, wie die noch finden. Ja, eben. Und dann kurz sterben. Läuft sie zu? Spaß. Läuft du auf sie zu? Ich laufe auf sie zu, ja. Ja, alles klar. Sie ist orientierungslos und dreht sich im Kreis. Das ist kein gutes Zeichen. Ich habe... Sie ist infiziert. Wenn sie ein Zombie ist, dann töte ich sie. Ja, ja, natürlich. Muss sein. Bleib stehen. Pidiplatsch. Bleib stehen. Hände hoch. Geht nicht. Bist du hinter uns? Ja, ich? Ja. Hallo sie. Nehmen sie die Hände hoch. Sie müssen Crave down. Ich höre in Richtung Crave down. Haben wir doch gesagt. Können wir weitergehen. Der koreanische passt da und es wird Nacht und wir müssen uns noch irgendwie... Pidiplatsch. Geht echt durch die Tür. Komm jetzt mit. Ich bin doch nicht durch die Tür gegangen. Du wolltest. Ich habe heute die aufmachen. Oh, jetzt. Das ist die richtige Richtung. Alles weiter. Ja. Für den Westen. Schwierig. Meine Waffe verloren. Wir haben schon 16 Uhr. Wir müssen uns da noch irgendwie schützen. Oh, da ist ein Hund. Da unten. Wo war das hier, was hier gerade angreifen wollte? Da. Pidiplatsch. Ich bin hinter euch. Lass dich nicht immer zurück. Ja. Dann sprinten. Nee, hier ist ein Hund. Ja, ich bin hinter euch und hinter mir ist ein Hund. Rennen. Genau. Rennen. Als Rennen und Wasser rein. Ich habe kein Wasser. Kannst du in der legen? Jawoll. Dann trink Murky Water hier. Toddauernd ist eigentlich zu dauernd. Ich habe Wasser. Hier, hier. Ich habe drei. Ist okay. Warte. Ich hatte es nur nicht in der Tasche. Ich habe nur noch vier Wasser. Also... Ich habe nichts zu essen. Das ist mein Problem. Ich kann dir ja einen Maiskolben anbieten. Wir müssten direkt dann noch ein Haus uns aussuchen, was wir sichern wollen. Ja, wir brauchen direkt ein Haus. Sonst haben wir ein Problem. Darf wir immer noch dazu? Ja. Wer ist denn eigentlich rechts von uns da? Der Cocaine wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Kommst du klar? Komm wunderbar klar. Oh, okay. Ich habe eine Kartoffel von mir. Karte drehst du dich im Kreis. Komm mit. Ich habe schon halb fünf. Das wird knapp, Freunde. Oh, oh. Hallo. Na, Zombies. Wer geht bei euch ab? Ich habe mal eine Frage. Schwierig. Komm, wir lassen den Fleisch haben ja nur. Oh, das haben wir eine Menge. Ist das eine Horde? Grave Thorn. Grave Thorn war mal ewig nicht mehr, oder? Absolut. Aber ist auch schön hier. Ja. Oh, warum sterbe ich jetzt? Weil ich was zu essen brauche. Jetzt brauche ich aber wirklich dringend was zu essen. Kannst du mir ein Ham geben, bitte? Ich kann ihm ein bisschen Weiß geben. Äh, ja. Nee, Ham geht schneller. Ich habe hier ein Stück Fleisch in den Schwissen. Okay, habe ich. Da schmeißt der Jack mit seinem Fleischhammer um sich. Ich habe Erbsen gefunden. Sehr gut. Kann ich dir geben. Essen, also eine Dose Erbsen, oder was? Jo. Nehme ich gern. Aber erst mal nach Grave Town und Haus finden. Hier vorne das Haus kenne ich ja nicht. Dann esse ich selber. Ist das neu, oder was? Das Haus kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Was ist das für ein... Okay. Der Vorhof der Hölle. Wie Polizei oder so? Ja, aber ziemlich eingestürzt. Gefängnis, ja. Gehst du da rein? Ich bin schon drin. Okay. Okay. Dann laufe ich mal vor, oder? Ja, ja, machen wir. Ich komme dann zu euch. Die Mission ist das, was zählt. Natürlich. Der Kokain hat bestimmt sich häuslich schon eingebaut. Ah, du, der hat bestimmt schon ein Forge gebaut. Ich habe ja schon ein Haus gebaut. Ja. Metall eingeschmolzen. Wo ist denn Grave Town? Ist das so weit weg? Ah, weiter nach links, okay. Wir waren hier... Waren wir überhaupt schon mal außer im Horde-Modus? Oh. Bist ruhig. Bin ich gerade um überlegen. Huh. Ich habe meinen Hammer gerade von der Schleife geschaffen. Da nehmen wir mit. Oh, da ist Grave Town. Hallo, Grave Town. Ja. Good morning, Vietnam. Cooler Film. Lang nicht mehr geguckt. Absolut. Oh, ja. Mit Robin. Robin Williams. Nicht zu verwechseln mit Robby Williams. Genau. Hier für ein Loch im Boden hast du was gesprengt oder war das schon? Ich war hier noch nicht. Da war doch der Fleischhammer schon da. Hey. Oh, Jack, du willst mich lieben. Hey, schwierig. Ich habe 28 Papier gefunden. Ich habe ein Buch gefunden. Und ein Stück Fleisch. Yeah. Ein Hammer. Hammer und Fleisch. Oder hin ist rund. Ja, die sind hier des Öfteren mal. Gute, dass wir nur Nahkampfwaffen haben. Hier ist übrigens der Krater der Atombombe. Wo ist der Krater der Atombombe? In Grave Town. Ist doch ein bisschen kleiner Krater. Aber jetzt riechen die Zombies euch. Oh, das ist ein Hund. Fuck, fuck, fuck. Was mach ich? Ich glaube, ich leg mal das Fleisch wieder weg, weil die Zombies mich sonst riechen. Ja, das wäre sinnvoll. Das wäre eine gute Idee. Ich habe den Hund zerschlagen. Wo ist der Hammer? Hier ist der Hammer. Chill. Ähm, ich muss auf der Erde schicken, wo ihr seid. Da seid ihr okay. Grave Town sieht schon irgendwie cool aus. Oh, ich bin verletzt. Schnell Bandage. Ja, lass uns zurück, die müssen uns zählt. Sehe ich ja genauso. Dann sollen wir uns ja einsetzen. Ach, hier ist der Atomkrater. Ja, wir sind übrigens mehr als am Ende einer Folge, eine 32-Minuten-Folge. Oh, ja. Können wir uns mal einen schönen Platz suchen, wo wir uns verschanzen? Hallo? Hallo, ja. Hallo? Machen Sie das? Gibt's hier ein Haus? Hallo? Oh, noch einen Moment. Ja. Aber sie können trotzdem verarschen. Warum bewegte sich das Auto? Wo der Kokain sieht gut aus? Nein. Nein? Nee, ist nicht gut. Nicht gut? Okay. Ja, wir sind am Ende einer Folge. Wir werden uns noch einen Unterschlupf hier für die Nacht suchen, denn wir haben schon 17.28 Uhr. In der nächsten Folge werdet ihr leben. Boah, hier ist ein Rülpser. Verdammt. Ja, dann mal Flucht. Aber wo? Ich seh ihn nicht. Wir sind schon bei 32 Minuten. Die Leute deponieren uns. Das ist zu lang. Wo seid ihr hier in der Hütte? Wir sind noch in keiner Hütte. In der nächsten Folge werdet ihr erleben, wie wir hier überleben, ob wir überleben. Ich werde sterben. Und wenn euch dieser kleine Ausflug gefallen hat und diese etwas überlange Folge, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zum nächsten Teil von 7 Days to Die wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Natürlich seid ihr hier in der Hütte. Und ich bin tot. Schwierig.